Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Lebensfreude-Events Now, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben heute ein ganz spannendes Interview und dafür ist zu mir virtuell in den Raum gekommen, Ayla. Ayla ist eine weiße Schamanin aus Sibirien und hat sich sehr mit der weiblichen Kraft beschäftigt und wie wir Frauen unsere weibliche Kraft nutzen können und wie wichtig sie ist. Und Ayla gibt Wissen über die Kraft der Ahnen weiter, wie wichtig unsere Ahnenreihe, unsere Ahnen für uns sind, um jetzt in der heutigen Zeit und für die Zukunft Positives in die Welt zu bringen, gut zu leben, vor allem für Gesundheit, für Glück, für Geld, für Erfolg sind unsere Ahnen ganz wichtig. Und natürlich möchte Ayla auch ihr Wissen weitergeben, gerade in der jetzigen Zeit, diese herausfordernde Zeit mit dem Coronavirus. Und Ayla ist ja sibirische Schamanin, russisch und wir haben das Glück, dass die Julia Dworkin uns das Interview übersetzen wird. Vielen Dank an euch beide. Dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Liebe Ayla, was kannst du zu diesem Coronavirus sagen? Du sagst, er ist Teil von Gottes, von Gottes großartigem Plan. Und das ist nur der erste Teil des Planes. Magst du uns dazu was erklären? Vielen Dank, dass Sie, Brigitte, solche Konferenzen durchführen. Ja, besonders solche Konferenzen werden uns dabei unterstützen und helfen, diesen Coronavirus aufzuhalten. Ich betreibe Schamanismus mein Leben lang. Und in den letzten 25 Jahren führe ich Seminare durch, was Schamanismus, das Wissen, o altes Wissen angeht. Und in Sibirischen Schamanismus, wir общаемся mit Duhl. Also, Sibirische Schamanismus, das Wissen, 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 das Wissen. Wir setzen uns immer wieder mit den Geistern in Verbindung. Es gibt aber auch gute Geister. Es gibt aber auch schlechte Geister, die natürlich den Menschen zerstören können. Und genau diese negativen Geistern nennen wir bei uns im Schamanismus, dass sie immer hungrig sind, stets hungrig sind. Und sie ernähren sich diese Geister natürlich von den Emotionen von Menschen. Und diese Geister stellen öfters mal verschiedene Fallen für Menschen. Und wenn ein Mensch in diese Falle getappt ist und negativen Emotionen empfindet, dann freuen sich die Geister und ernähren sich davon. Und jetzt, смотрите, Corona-Virus – это очень большой и голодный, kovarный дух. Und schauen Sie jetzt erst mal, Corona-Virus ist ein riesen, ja, böser, dunkler Geist. Ja, und wenn durch Medien, durch verschiedene Videos, Facebooks auch überall Panik verbreitet wird. Und dass die Menschen auch unbedingt diese Angst erleben und diesen Panikzustand verfallen, dann freut sich der Geist der Krankheit von Corona und ernährt sich davon. Ja, der hat gut Futter in der heutigen Zeit, ne? Wird gut genährt gerade. Ja, und er bekommt viel питания. Ja, und er, ehrlich gesagt, ablisset, weil er ему вкусно. Er legt sich so richtig die Schnauze von ab und freut sich, das ist lecker. Und wir als Schamanen verstehen, dass natürlich, dass wir in erster Linie die Leute von Panik runterkommen müssen sollten, damit dieser Geist von Corona keine Nahrung bekommt. Und aus diesem Grund auch führen wir sicherlich Konferenzen durch, Webinare, damit die Leute das auch fühlen und spüren und damit dieser Geist keine Nahrung mehr bekommt. Ja, deshalb brauchen wir auch Lebensfreude messen, um Freude, Vertrauen, Zuversicht zu verbreiten und um diese Krise, wo wir jetzt Zeit bekommen, wirklich für Reflexion und Chance zu nutzen, was Neues zu installieren oder zu kreieren. Ja, genau, und wir müssen natürlich sehr viel davon erzählen, damit die Leute das auch mitbekommen, es hören. Und es auch in der Tat umsetzen, sowas wie auch das Feld der Liebe zum Beispiel zu schaffen. Und deswegen bedanke ich mich herzlich bei Ihnen auch dafür, dass Sie solche Konferenzen jetzt durchführen. Genau. Und bei uns in Schamanen gibt es auch so eine Bezeichnung Schamanische Astrologie. Wir als Schamanen können oder haben die Möglichkeit natürlich mit den Geistern sich in Verbindung zu setzen. Nicht nur die Geister, die jetzt auf der Erde leben, sondern auch in anderen Welten jetzt oder Unterwelten. Ja, und wir können auch mit den Geistern von Planeten sprechen. Und diese Geister erschaffen natürlich verschiedene Situationen, sowas wie Kriege werden durchgeführt. Also diese männliche Energie, Aggression steigt sehr stark. Und in der Situation, wo wir uns zur Zeit befinden, beherrscht diese Situation des riesen Planeten des Namens Saturn. Und der Saturn, seine Charakter sind eigentlich Disziplin und Ordnung. Und der Saturn ist auch ein riesiger Helfer für die höhere Kraft und hilft und unterstützt dabei, das Ganze vorzubereiten, damit diese kosmischen Gesetze endlich auf die Erde, die wir nicht herabgehen können. Ja, und der Welt, den wir jetzt hier auf der Erde als Leute erschaffen haben, das ist nicht so ganz vollkommen und nicht harmonisch. Das ist ein bisschen verzerrt und spiegelt nicht das ab, was kosmische Gesetze hergeben. Ja, leider haben wir total aus den Augen die wichtigsten Sachen verloren, sowas wie Liebe, die Familie, Freundlichkeit, was zur Zeit die Welt beherrscht, das, sag ich mal, das Geld, das Materielle. Und jetzt heutzutage zerstört der Saturn diese alte Ordnung. Und jetzt befinden sich auch alle Leute eingesperrt oder in der Familie. Und jetzt findest du auch die Möglichkeit, wo du nicht mehr arbeiten gehen musst, Zeit mit der Familie zu verbringen und sich daran zu erinnern, oder in der Familie zu erinnern. Ja. Okay. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt mit dem Zeitpunkt auch gekommen sind, damit sich die weibliche Energie eröffnet. Es beginnt jetzt mit dem Frühling Anfang und endet bei den Wintersonnenwänden. Das ist dieser Zeitraum, wo die Frauliche Energie vorgesehen ist. Und die Geister von Planeten haben uns erzählt, dass nach der Wintersonnenwende werden auf jeden Fall alle kosmischen Gesetze wieder auf die Erde zurückkehren. Und diese Gesetze können aber in Wirklichkeit nur die Frauen aufnehmen, weil die Frauen Energie sehr weich, sehr fließend ist. Ja. Und die männliche Energie ist ja sehr stark und sehr hart und genau diese Energie kann leider zu Kriegen führen oder zu Zerstörung. Ja, leider haben wir letztes Jahr sehr stark, sehr starken Waldbrände erlebt. Nur in einer Australien in einer Australien sind fünf Milliarden Tiere gestorben. Ja, genau diese Brände zeigen uns auch, dass die männliche Energie in Dominanz ist und die Welt beherrscht und dass die Frauliche Energie sehr eingedämmt ist und gar nicht sichtbar ist. Ja, und unsere Aufgabe ist es, dass wir diese beiden Energien, männliche und fraue Energie, in Verbindung schaffen, dass eine harmonische Energie entsteht. Was können wir denn dafür tun? Also was können wir denn in der jetzigen Zeit, was kann jeder oder jede, denn Männer haben ja auch weibliche Energie, was können wir denn jetzt tun? Oder was empfiehlt es zu Aila? Ja, in der jetzigelt. Ja. E grabe. Das war was, wenn we gehibe. Ja, naja sache muss, dass in einer Weibung diese Informationen für die Leute, die Frauen. Julli? Ja, Julli? Ja, die wir in der jetzigen Zeit müssen, dass wir das unter anderem noch nicht verstehen. Ja, und unsere Sache ist, dass wir diese Informationen für die Humanität nach Menschen, die Frauen zu formulieren. Ah, Julia? Julia! Nаша с Вами задача донести до женщин информацию о том, как важно женское сейчас предназначение раскрывать. Und unsere Aufgabe ist zur Zeit so wichtig, dass wir anderen Frauen erzählen, beibringen, wie eine Frau ihre Vorbestimmung in sich eröffnen kann. Das ist das Erste, damit die Frauen überhaupt davon was erfahren können. Und natürlich, es hängt so vieles von uns Frauen ab. Und das, was ich jetzt an allen Frauen erzählen möchte, liebe Frauen, lasst uns unseren Männern es vergeben. Leider ist es wirklich in unserer Gebärmutter so viel Schmerz und Leid gespeichert worden von unseren Vorbestimmungen, was deren Leid so alles geschehen war. Und genau dieser Schmerz zwingt uns, diesen Schmerz zu spüren, diese Beleidigung zu fühlen und den Mann nicht zu verzeihen. А ведь мы женщины, мы носительницы всей родовой энергии. Wir sind aber Frauen und wir tragen in uns die ganzen Ahnenlinien. В нашей Matке хранится вся энергия рода и хранится вся генетическая информация со всего рода. In unserer Gebärmutter befinden sich die ganzen genetischen Informationen von unseren Ahnenlinien. Und auch wenn eine Frau zu dem Zeitpunkt schwanger ist, trägt ein Baby aus. Und diese Energien der Gebärmutter, die erschafft das Negative, also diesen Streit, diesen Kampf. Und dieses Baby lernt dann daraus, okay, ich muss mich dann irgendwie verteidigen können. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe für uns Frauen, uns von diesem Schmerz, von diesem Ahnenlinien-Schmerz auch zu befreien. Und dazu gibst du, glaube ich, Seminare. Und wir können ja auch mal überlegen, ob wir nicht vielleicht auch Webinare aufsetzen. Ja, sie fragt uns, ob Sie diese Themen, Seminare, ja? Ja, sie fragt uns, ob Sie diese Themen auch wiederholen? Ja. Ja. Wir, als in der Karantin war, haben wir alle, jede Woche, die Seminare, ob wir immer wiederholen, die Seminare berühren, mit Frauen in verschiedenen Regionen. Und leider zur Zeit, oder auch, sag ich mal, wir machen jetzt alles online, online-modus eingegangen, und nächstes Wochenende steht auch wieder ein weiteres Seminar an. Und die Geister sagen uns, sprechen mit uns, teilen uns was Wichtiges mit, sagen, wenn sich zu dem Zeitpunkt der Gebärmutterreinigung eine Million von Frauen sich einsammelt, zusammenfindet, und diese Gebärmutterreinigung verbringen, dann wird sich auf der Erde eine starke Änderung geben. Ich habe auch schon tatsächlich im Internet solche Links gesehen, wo geschrieben wird, ja, es müssen sich Millionen Frauen versammeln. Aber ich glaube, die Menschen haben das nicht wirklich komplett verstanden können, was für eine Information das ist und was man damit machen soll. Und in Wirklichkeit ist es eine Botschaft von den Geistern für uns Frauen. Und wenn gleichzeitig eine Million von Frauen zusammengebündelt sich treffen, egal wie, ob es online ist, ein Feld der Liebe erschaffen, dann können wir in Wirklichkeit eine Energiekugel erschaffen, dass diese Energiekugel den kompletten Planeten Erde umfühlen kann. Stellt euch nur vor, unser Planet, Erdeplanet. Also in alle Frauen in anderen Ländern mit jeden Welt, in alle anderen Länder mit allen Ländern verbinden, and das sind die Frau von verschiedenen Kontinenten, aus verschiedenen Ecken der Erde, die sich zusammenfinden, wie wir, solidens von anderen Ländern zusammenbinden. Wir verbinden auf eine energetische Basis unser Herz miteinander. Und es ist wirklich eine göttliche Verbindung im Internet, finde ich, es ist ein Internet durch unser Herz, ein Internet von voller Liebe. Und wenn wir diese Liebe ineinander verbinden, dann werden wir uns umso mehr mit Liebe auffühlen und es weitergeben. Und dann wird auch eine neue Aura für die Erde, eine saubere Aura hergestellt. Und das wird auch der Menschheit helfen, der ganzen kollegialen Menschheit sich zu verändern, sich zu verbessern. Und das ist genau dieser Wendepunkt, wo es eine Zeit, sich zu verändern, alles beginnt. Also wir sind jetzt, vielen Dank, liebe Aila, wir sind jetzt am Ende unseres schönen Interviews. Ich werde rauskriegen für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wann diese, wann Webinare stattfinden. Oder vielleicht setzen wir auch ein Webinar mit Aila auf und ich werde euch links zur Verfügung stellen, wann wir diese Meditation durchführen können. Vielen Dank.